So, und jetzt sind wir hier auf dem Hügel, sozusagen der Hügel hinter dem Christberggasthof. Und jetzt kommen wir gleich zum Hügelsee. Also es ist ein ganz kleiner See, aber gleich haben wir einen wunderschönen Ausblick. Maya wartet hier schon in Wankerl. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wunderschöner Kraftplatz. Jetzt mit Blick auf Schons, Blick auf das Rätikon, gerade ein bisschen in den Wolken verhüllt, aber einer meiner Lieblingskraftplätze hier am Christberg. Ja, bis ganz bald.